herzlich willkommen zurück zu einem weiteren pack und bin hier auf dem kanal bitte zu vorn und jetzt 2 ja aber lass uns doch erst mal vielleicht die super epic packs aufmachen die die golden turd super super golden epic so backpack alter vater ja aber auch wieder absinnt okay okay dann machen wir da noch weiter da siehst du die weinschuh eine der schlechtesten karten ich habe irgendwie 12 super epic packs oder 13 und dann machen wir kommt super zeug dabei raus ja schön alter vater zweite lecci zweite lecci zweite lecci zweite lecci schon jetzt dritte lecci eugene belcher so drei stück drei stück so jetzt müsstest du unten aber auch noch welche haben vier stück ja ich sag ja dass das deckt sich ziemlich pautake patriota und furz schule naja so also dann gehen wir in deine ja gut jemand der anfängt ja auf jeden fall so machen wir nach lecci es wieder filtern weil sonst das sind die power wir haben einmal equestronauten dann haben wir pop belcher bekommen und ich habe es so ständig bekommen ja ja und dann müsste business ja gut hat sich jetzt noch nicht wirklich gelohnt aber kann man bestimmt noch was mit anfangen mit den karten so ja also das ist genau bis dahin macht's gut tschüss